Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von Cossacks-Pack-Tour. Wie hat der Öl? Ach ja, genau, genau. Hätte ich schon wieder alles vergessen. Aber wir waren ja hier. Oh! Da ist schon die erste Miene. Orange ist gleich weg. Das geht schnell. Reparieren wir schnell. Nein. Das geht ganz schnell hier. Alles kaputt machen. Jetzt greifen wir die eigene Dörfchen wieder an. Das freut mich aber. Hier unten habe ich auch wieder eins. Ich habe alles vergessen, was wir so gemacht haben. Ich habe eben auch bei der Begrüßung LS15 gesagt. Nee, die sollten hier hin. Ja. Genau. Ja, du brauchst mir nicht immer andauernd alles sagen hier. Aber noch mehr Bauern? Ja, hier nochmal drei. Die können da alle mithelfen. Jeder Bauer ist gebraucht. Nicht ist gebraucht, sondern wird gebraucht. Mein Deutsch ist heute wieder so hervorragend. Unglaublich. Oh, da ist noch ein Bauer. Oh, noch zwei. Alter, da gibt es eh gleich Ärger. Da kommen die nämlich. Sorry, dass ich kurz weg war, aber war ein bisschen laut. Ja, und man kennt es ja. Elternhallen, ne? So, was ist denn das eigentlich? Ach, die Franzosen waren das. Noch ein bisschen Nahrung machen, ne? Alles ist auf, Alter. Alles ist auf, Alter. Jo, dann wären die Orangen auch weg. Ihr sollt die ganzen Häuser wegmachen und dann wären sie eliminiert. Die müssen dann ja auch stehen bleiben, die Truppen. Weil hier soll ja auch eine Siedlung aufgebaut werden, so eine kleine. Da habe ich keinen Bock hier. Mit fremden Truppen. Ich könnte ja eigentlich mal... ...das hier machen. Nochmal und äh... Hä, wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Das ist nicht nett. Hier ist auch noch einer. Ja. Der hat sich nur ganz leicht verlaufen. Das sind dann Hilfsbauern und... Ja, lauf mal dahin schnell. Trommler? Der ist egal. Habe ich hier noch Bauern. Oh. Die könnte ich ja glatt mal hier runterschicken. Das ist ja schön. Die könnte ja mal Stein kloppen. als Gefangene. Als Gefangene. Ich weiß nicht. Ich muss mal ganze Zeit aus dem Klo. Ich muss noch aushalten. Hier haben wir noch welche. Noch ein paar Häuser schnell bauen. Das geht echt schnell. Noch schneller alles bauen. Und... Macht zwar keinen Spaß hier immer die Häuser zu bauen, aber es muss sein. Und dann breiten wir uns bald auf. die Spanier. Boah. Und ich sehe gerade, da läuft schon wieder einer dumm durch die Gegend. Und hier stehen auch noch welche dummen da gegendrum. Sind die schon da? Sind sie? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Ja. Ja. Die musste leider weg. War nicht meine Mine. Na? Macht man übrigens mit entfernen. So, zur Info. Hier sind noch welche. Da. Und ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Könnt ihr auch ein Abo anlassen. Könnt ihr auch ein Abo anlassen. Kostet ja überhaupt nichts. Darum einfach auf Abonnieren klicken. Ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Und... Ja. Wir sehen uns dann, ne? Ähm. In the next part. Bis denn nöt. Tschüss.